willkommen auf dem kanal von melden bei mtg heute mit einem weiteren unboxing und zwar gibt es einmal wieder ein hauptzeit 2020 pre-release pack und 8x modern horizon booster diesmal mitgenommen in wien in der comic gallery in der arbeit klasse so weit so gut alles weiter bis gleich dann starten wir los und sagen wir fangen an mit den modern horizon boostern und arz hinten und einmal unsettled marina ein shapeshifter azureus farben und sehr gut waterlocked grove eins der wehrländer und die kohle karten und ein swamp ja für den wehrländer kann man da ein paar mehr brauchen watch of the mode, a good mage, ja auch eine gute karte, ice fink kodl, sehr gut und voil token, elefant token und noch ein, das ist nur kurz warm man merkt halt, bin ich nicht so super schnell beim aufmachen, also ich lasse mir ein absägliches bild seit ein sort of truth and justice, müde, sehr schön und ein full shapeshifter docken ja heute ist mir ein viel zeit, weil wir haben keine ganze boxe frei sind wir nicht durchrushen wenn wir eine ganze boxe öffnen, brauchen wir immer, dass man eine zu lang braucht, ein biller gas heute können wir es ganz gemütlich machen, okay, ark mit shan, eine coole karte auch und ein snow covered mountain spore frog und future side noch ein foil goblin und ein snow covered island für den foil docken wir jetzt auch schon eine ganze menge ein einhaar, da wird es mir meine tochter wieder freuen uh, sehr gut cloud shredder sliver, sehr cooles sliver vor allem weil er gleich zwei abil die es für zwei manar weiter gibt also flying and haste die sind natürlich sehr stark und mit dem sliver deck perfekt und im letzten buch dafür heute von modern einmal ein land ein hall of the hatreds generosity docken und noch ein snow covered mountain sehr gut also mal kurz aufräumen und jetzt gehen wir über zum hauptzeit 2020 pre release geht da werden wir noch ein paar mehr aufmachen von denen da habe ich ein ganzes case und schauen wievon wir von denen aufmachen die verlosen läuft ja auch noch vom gedeon spellbook jetzt haben wir ein ganzes case noch ja und einige noch einen grünen würfel hatten wir glaube ich auch noch nicht das kommt zum fluss ein code humble muss bis zum ende warten schon muss man da wieder ein paar gute sachen auspullen ne erste pulle ist nicht so prickelnd gemeinsame beschwörung das kommt dann aber ein tutor für zwei kreaturen auf die hand nehmen unterschiedliche namen müssen es haben ja ich finde es ist zu teuer es ist zwar instant aber fünf mana ne das sehen wir und Ende der geschichte cool karte vom commander komisches geschenk kein foil also die von sehr legendären sauerstuch counten kann für zwei mana egal was wegen commander das ist eine sehr starke karte unberechenbarer zeratops ist auch cool weil er alle abilities kriegen kann was man braucht reichweite eine krampeln was haben wir da wiederholter wiederhalle ja nicht unbedingt jetzt der fan von der karte versucht in einer zu spielen bis jetzt noch nicht wirklich sinnvolle also sinnvolle verwenden wenn das auszahlt was haben wir da verkörperung des schmerzes und das letzte sehr cool mystische schmiede und hey ein foil rare sternenhimmel mystica der schaut in foil muss ich sagen auch sehr cool aus mit dem effekt im hintergrund wenn man die sterne so galaxie mäßig sieht der schaut richtig cool aus ja nicht übel kann man sich nicht beschweren ja vielen dank fürs zuschauen nicht vergessen andere video anschauen von den letzten zwei pre-release packs vor ein paar tage da hat es eine Verlosung gegeben also das läuft sicher noch zu dem Zeitpunkt wie das video jetzt da gut rauskommt ob sie da noch läuft wenn ihr das zwei Wochen später schaut weiß ich nicht aber steht das datum darunter wie lange es geht und die Info sind auch im video vorhanden am anfang danke fürs zuschauen wie gesagt wenn sie weitere sich wiedersehen wollt kommentieren liken abo teilen was auch immer vielen dank und man sieht sich im nächsten video wir haben ja fast vergessen meisterliche replikation sehr cool und der code viel spaß damit kommt ans ende rein passt danke fürs zuschauen und es geht bis 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 Vielen Dank.